Herzlich Willkommen! Mein Name ist Carsten Wilhelm und ich freue mich, dass ich heute den Vorsitzenden Gunter Faber des Geflügelzüchter- und Heimatvereins Alperota e.V. hier vertreten darf. Der Verein hat im vergangenen Jahr sein 120-jähriges Bestehen gefeiert und ich habe heute mal symbolisch diesen Hahn mitgebracht. Der Verein führt sehr erfolgreich verschiedene Veranstaltungen durch. Dazu zählen unter anderem die Rasse Geflügelausstellungen, das jährliche Dorffest und das traditionelle Pyramiden-Anschieben am ersten Adventssamstag. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dieses Jahr an dem Adventskalender mit teilnehmen dürfen und der Vorstand des Vereins hat sich auch spontan bereit erklärt, für das Gewinnspiel einen Preis zur Verfügung zu stellen und ich bin überzeugt, dass Ihnen der Preis gefallen wird. Der hat einen unmittelbaren Bezug zum Verein und ich denke, dass er bei Ihnen dann auf dem Weihnachtstisch am Heiligabend stehen wird. Ich wünsche Ihnen und den Mitgliedern und Vereinsfreunden ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute. Seien Sie achtsam, damit wir uns im neuen Jahr dann zu unserem Dorffest in Alperoda wiedersehen. Bis dahin Glück auf und Gutsucht! Und nun die Gewinnfrage. Welches Jubiläum feierte der Verein im vergangenen Jahr?